das ist mir teilweise auch schon passiert da bin ich komplett unkonzentriert gewesen bin dann voll in die reihen gerannt weil du das nicht wirklich siehst ob dort mal eine lebt oder die tot ist wird ja zeit dass du dich auch mal mit einmisch kollege er möchte auch mal ein bisschen schnetzeln ja herzlich willkommen das weil ich deine hunde gekillt habe brauchst du meine esel nicht töten wie das ja 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Ah, da wird nicht einer abgehend drauf, der hat auch ihn alle weg. Wo ist Hammer Boy? Da muss er auch schon wieder ein paar ausgeknipst haben. 2. Ich glaube, der ist immer der, der am meisten Damage austeilt. Oh, das könnte man sich auch mal überlegen. Gerade bei dem Typen, der hinten steht mit seiner Mistgabel bei Punkt Null. Solange wir die noch nicht einsetzen kann, kann er eigentlich Äxte schmeißen. Oder halt hier so eine Sperre. Ich glaube, das probiere ich mal. Ach, das muss ich auch noch mal kurz bei den Optionen. Ja, das ist Equipment After Battle. Dass die gleich wieder ihre alte Ausrüstung anlegen, wenn die eben mal wechseln. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Welcher ist denn jetzt? Er hier, hä? Wilhelm, der Animal. Ja gut. Der wird halt nicht mehr viel besser. Der hat kaum großartige Talente. Aber eine 56 im Nahkampf? Da kann man schon mal arbeiten mit. Und 68 Lebenspunkte. Also der nippelt uns nicht so schnell ab. Und schon eine gute Resolve. Also, mhm, mhm, nicht ganz schlecht. Äh, das können wir hochziehen, das können wir hochziehen. Und dann ziehen wir noch das hoch. Okay. Müssen wir mal gucken, was man hier so nur dürftig für dich zusammenschustern, mein Freund. Als Wildmann. Vielleicht gleich mal eine Axt oder so. Ein bisschen geschützt, weil ich ihn schon haben. Zumal er momentan noch keine Klamotten hat. So, dann kriegst du zur Unterstützung den dazu. Und er kriegt noch unseren schönen Falten. Mal schauen, was das bringt. Abspeichern. Eigentlich ist das Spiel doch ein Arschloch. Warum ist das auf einmal so gut zu mir? Ich habe Angst. So, was nehmen wir als nächsten, nächsten Wegpunkt. Wie nie der Battlestandard. So, das wir recognize. Romm, äh, 2000 Kronen. 2000 Kronen, die dürften wir doch immer easy haben. Gut, diesmal nicht. Aber, wenn der Weg noch lange dauert, dann... Die bezahlen mir ja gar nichts fürs Holz. Was ist denn da los? Oh, alter. 304 Ocken. Aber es macht halt ohne viel her. Viel mehr her als die anderen. Milidefense ist es ein bisschen besser. Aber dafür kostet es auch gleich richtig Fatigue. Aber es sieht halt schon cool aus. Wenn du mit sowas aufs Schlachtfeld gehst, da denken die Gegner, oha, wem hat er auch? Er auch auf dem Gewissen. Ich würde aber die hier mitnehmen müssen. Fast schon für meinen Neuling, wa? Oder ein bisschen hin und her tauschen. Ja, 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 ja. Ja, Posen machen wir heute nicht mehr. Schaffen wir nicht mehr. Wegen drei Stunden anfangen, macht keinen Sinn. Aber ich werde mal gucken, dass ich das demnächst mal Zeit nahm, ja auch mit Angel. Stimmt, bei Fanatical wollte ich schon lange nicht mehr gucken, was die so schönes im Angebot haben. Fanatical ist nämlich so eine ähnliche Seite wie Humble Bundle, bloß dass du dort teilweise deine Bundle selber zusammenstellen kannst.